Die hier zu erwerbende neue 4-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung befindet sich in Leipzig-Eutritsch. Die Immobilie befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über zwei Badezimmer und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Dachgeschoss-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 112 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 390.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.